ja hallo und ja willkommen zurück was haben wir denn für neues als beliebige tiefer frei das geht automatisch nicht los spiel bitte mal ein stück zurück das kann so bleiben ich krieg's kurz mit den frame drops wirklich nur hier bei weitem nicht geil ich versteh es nicht warum also geh mal ein pausenmenü machen das und dahin ich 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 Das können wir so lassen, das können wir so lassen, das können wir so lassen, gut. Jetzt möchte ich gerne noch das einmal kopieren. Wir brauchen Seile. Da. Die müssen wir noch ein bisschen neigen. Guck mal, das hat er drüben auch so gemacht. Wer ist bei denen hier, ja, bei denen haben wir es auch so gemacht. Es ist echt bald einfacher, die echt einfach nur neu zu setzen. Da hin. Ja, das müssen wir erst ein bisschen drehen. Dann. 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 Ja, alles gute ist ja. hier brauchen wir nicht so viel sieht es eh kaum daher kann man hier ein bisschen ich nenne es mal fuschen stein so dahin muss man das einfach nur mal drehen zur anderen Seite drehen geht doch ja hier können wir das jetzt auch schnell wegnehmen hier nö die Brücke machen wir später da hinten jetzt machen wir erstmal die fertig dann haben wir auch erstmal genug Brücke wir wollten ja sowieso an sich ja dekorieren den Bereich hier das dahin nee weg nee nee ein bisschen drehen tack äh nee nee nochmal ich will bloß so rüber drehen wir sind nicht ich will das das nie ich mü ist aber ich so jetzt noch mal ein stück ja das war es so ein bisschen gehört ist halt dass man die achse so nicht hat weil wir ein bisschen schräg gebaut haben richtet sich ja an den einem unteren koordinatensystem aus also von der von der map wenn wir es wenn man das ausrichten könnte das wie man es gerade braucht als selbst bisschen wie sehr weit gegriffen ist es immer so lassen genau bleiben jetzt erstmal ein bisschen pause müh lassen wir das mal weiterlaufen bäume setzen da brauche ich jetzt nicht unbedingt so da hätten wir das es wird es wird es wird es wird gut jetzt hier den bereich aber hier wird man auch schon fast durch das ist okay das ist cool natur kontinent das erstmal nur pflanzen du bist du bist zu groß das ist zwar hier eine apfelmann grove ja genau nee 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 du bist so klein Ich brauche ein bisschen was Höheres Hochheiz, nö Gucken wir gleich mal wie das aussieht Wenn wir das so ein bisschen dichter setzen Ja doch, sieht gar nicht so schlimm aus Wollten wir nur Haben wir nicht Nehmen wir euch noch Missbrauchen wir euch noch ein bisschen als Als Büsche Dass wir einen sauberen Übergang kriegen Ja, ist jetzt Ja, die sind halt ein bisschen dichter Okay Jetzt brauchen wir noch passende Bäume dafür Ne Besten was mit helleren Blättern Dass das sich nicht Ganz so abhebt, ne Du bist schon gar nicht verkehrt Du bist so klein Ne, nehmen wir dich Ich möchte es hier schon ein bisschen dichter haben Sehr schön Haben wir hier eine schöne kleine Nische Gibt sich noch ein bisschen Ein bisschen Ja, das ist gut So könnte man das ja immer so ein bisschen Quasi einmal so ein Das damit so ein bisschen aufgreifen Genau Greifen wir das alles mal schön auf nochmal Machen wir das jetzt hier auch noch ein Ja, wohl Jetzt fühlt sich das langsam Was sagen eigentlich meine Zwergpinguine Vermeeren die sich weiter Wergpinguin Unfruchtbar, unfruchtbar, unfruchtbar Uff Wergpinguin Ich glaube die zu züchten Ist echt hart Oh, das kriegen wir hin Unfruchtbar, unfruchtbar Ich will ganz viele von denen haben Die werden jetzt alle nach und nach weg sterben Liste aktualisieren Die habe ich alle schon Haha Zack, 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 zack Löwe Schwierig Okay Okay, sind unterwegs Investieren wir jetzt erstmal ein bisschen Geld Neu Neu Okay Machen wir es halt so Ist auch nicht das Problem Spiel Ich würde sagen Wir machen jetzt hier in der nächsten Folge weiter Bis denn Ciao 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 Vielen Dank.